Heyho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 3, die Tierheim-Challenge. Wir sind wieder zurück bei unserer lieben Familie Rillo. Ich entschuldige mich von meinem Voraus, dass der Part etwas später kommt. Ich nehme ihn gerade um 10 nach 4 auf, weil... Ja, also... Ihr seht schon unten, an unserem Geldbestand hat sich etwas geändert. Und zwar hatten wir ja im vorletzten Part... Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Hatten wir ja dieses Grundstück hier gekauft. Und ich hatte dieses Grundstück ja eigentlich als Hundehaus geplant. Ich habe ja dann gesagt, okay, das passt nicht, das ist zu viel, das ist zu groß fürs Hundehaus. Ja, also habe ich mich das ganze Wochenende darum gekümmert, dass ich dieses Haus zu unserem Haupthaus umbaue. Ja, ich war hier eben schon mal drauf, damit die Texturen etwas laden. Ihr seht schon, hier haben wir einen kleinen Spielplatz für die Kiddies. Da sind die Wäscheleien. Hier kann Tabeas Garten hin. Ihr seht hier schon zwei kleine Gehege. Dann seht ihr hier neben noch eine kleine Weide. Das ist unsere Quarantäne-Weide. Die habe ich gemacht. Ich wollte das erst hier auf das Grundstück tun, dass die Pferde, die wir in Quarantäne haben, hier auf diesem Grundstück bleiben. Aber es wäre halt zu klein gewesen. Deswegen habe ich einfach ein kleines Grundstück daneben gepackt, das gekauft und dann noch eine Weide draus gemacht. Und ja, ich habe halt wie gesagt das Haus umgebaut, damit dieses Haus hier in Zukunft unser Haupthaus sein wird. Und ich gebe euch jetzt einfach mal eine kleine Führung. Also ihr seht auf jeden Fall schon mal, dass hier eine weitere Etage draufgekommen ist. Ja, wie ihr seht, habe ich hier eine weitere Etage draufgebaut. Hier war ja vorher keine weitere Etage. So, dann fangen wir jetzt erstmal ganz unten an. Ich habe hier etwas umgebaut. Hier ist jetzt der Eingangsbereich. Hier ist unser kleiner Essbereich. Zwei Kratzbäume sind hier. Dann ist hier ein kleiner Wohnbereich mit einer kleinen Spielecke für die Kinder dahinter. Dann geht es hier weiter in die Küche. Die Küche ist noch nicht ganz so dekoriert, wie ich sie gerne hätte, weil es echt viel Arbeit war. Also ich habe ungelogen. An einem ganzen Haus. Achso, hier ist noch die Garage habe ich umgebaut. Ich habe das Ding fürs Auto nach draußen getan. Und habe ich hier zwei Körbchen reingetan und die Waschmaschine und so. Ja, hier stehen halt überall noch Hundehütten rum. Hier habe ich so ein kleines Badezimmer noch hingemacht zusätzlich. Ich habe für das ganze Haus vier Stunden an dem einen Tag. Dann nochmal ungefähr zweieinhalb Stunden. Und heute Morgen nochmal zwei Stunden. Ja, also ungefähr acht Stunden habe ich jetzt für das ganze Haus gebraucht. Hier ist dann noch ein Badezimmer. Hier ist unser Mama-Zimmer mit Zugang zum Garten. Und hier ist unser Quarantäneraum ebenfalls mit Zugang zum Garten und zusätzlichem Badezimmer, um die Quarantäne-Tiere zu waschen. Beziehungsweise halt damit für den Fall, dass auch die Sims hier drauf gehen können. Ja, die Zimmer hier unten sind noch relativ undekoriert. Weil ich mich erstmal um die anderen Bereiche kümmern wollte. Und ich musste, damit ich hier weiter machen kann, damit ich hier basteln kann, musste ich einen weiteren Wunsch beim Genie einlösen. So. Dann geht es hier nach oben. Hier kommen nämlich die ganzen Kinderzimmer hin. Ihr seht schon, hier sind die Kinderzimmer von Mathilda und Sebastian. Hier ist jetzt gerade noch das Babyzimmer von den beiden Kleinen, von Oskar und Sophie. Ich wollte erst für die auch Babyzimmer einrichten, aber ich dachte mir, komm, du kennst die Charaktere noch nicht von denen. Deswegen packst du die halt einfach jetzt so da rein ohne alles. Dann sind hier noch, also hier sind noch drei weitere Zimmer. Eins der Babyzimmer noch da reinziehen. Und hier haben wir noch zwei Zimmer. Eins noch für ein weiteres Kind. Tabea wünscht sich ja noch eins. Und Benjamin wünscht sich ja auch noch ein weiteres. Und hier ist dann das Elternschlafzimmer inklusive Atelier für Tabea. Damit sie hier malen kann. Ja. Ja, und hier oben ist nicht mehr drauf. Das ist unser neues Haus. Ich habe vor, in diesem Part umzuziehen, damit die endlich in dieses große Haus reinkommen. Damit ich auch endlich Ruhe habe. Und die sich nicht ständig da hinten rumduseln. Und ja, habe halt wie gesagt hier noch so ein kleines, süßes, äh, so einen kleinen süßen Spielplatz für die Kinder gemacht. Mit zwei Baumhäusern, Schaukeln, einem Sandkasten und einer Wippe. Finde ich eigentlich ganz süß so. Und hier ist halt wie gesagt, hier kommt noch der Garten von Tabea hin. Äh, ich muss mal gucken, ob wir den Garten hinten mit rüber holen können oder ob ich den neu pflanzen muss. So, wir gehen jetzt mal gerade rüber zu Tabea, weil hier hat sich nämlich auch was geändert, wie ihr schon gesehen habt. Ich habe hier die Pferdeweide weggemacht, auch um noch ein bisschen Geld dazu zu bekommen. Und ich habe vor, dass, wenn die dann rübergezogen sind, das ganze Grundstück zu umzäunen, das Haus eventuell sogar noch etwas zu vergrößern. Vielleicht ein Bungalow rauszumachen, dass die hier oben gar keine zweite Etage haben, sondern einfach hier unten, dass das Haus etwas größer ist. Und dann haben die hier noch das Hundehaus. So, und hier ist unser Friedhof. Da habe ich schon mal ein, äh, wie heißt das, eine Mauer drum gezogen. Einfach, damit das schon mal eingerahmt ist. Ich hatte hier die Sachen eigentlich gelöscht, aber ich glaube, die kommen jedes Mal wieder, wenn ich das Spiel neu starte. Naja, ist ja auch egal. Da können wir dann die Grabsteine draufpacken. Hier, von Hetty. Aber jetzt noch nicht, weil sonst habe ich da Geister rumfliegen. Ich glaube, ich kann die Pflanzen nicht einpacken. Vielleicht kriege ich das Familieninventar, muss ich gucken. Ja. Ich wollte, wie gesagt, heute umziehen, damit die Sims sich im neuen Haus eingewöhnen können. Weil wir ja auch bald unsere liebe Maya rüberholen müssen. Oh, Lilo und Milo haben auch nur noch, hä, 11 und 13 Tage? Ja. Ähm. Ich mache das dann so, dass die beiden noch 13 Tage haben. Weil ich würde heute auch gerne wieder eine neue Katze, beziehungsweise zwei neue Katzen adoptieren. Wir haben jetzt in letzter Zeit viele Hunde und Pferde dazu bekommen. Aber von den Katzen haben wir ehrlich gesagt noch gar keinen neuen dazu bekommen, bis auf Mozart. So, bevor wir aber jetzt rüberziehen. Die lasse ich weitermalen gleich. Ich muss nämlich gerade noch gucken, ob das mit den ganzen Körbchen passt, wie ich das gerne hätte. Wie viele Tiere sind denn bei uns? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Biene geht hier dann rüber. Ne, Biene bleibt bei uns. Neun. Acht. Für acht Tiere bräuchten wir Schlafplätze. Lass mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja, okay, das passt auf jeden Fall. Das ist gut, das passt auf jeden Fall. So. Ich werde übrigens hier oben die Türe abschließen. Dass keine Tiere nach oben gehen können, sonst habe ich nämlich ständig die Tiere oben und die, die wecken die Kinder auf. Das ist doof. Außerdem ist das hier sehr eng und wenn dann Tiere im Weg stehen, dann kommen wir gar nicht mehr durch. Ja, das ist halt, wie gesagt, unser neues Haus. Hier dachte ich, das ist eigentlich eine ganz hübsche Idee, dass wir jetzt umziehen. Oh, Oskar hat Geburtstag. Wie, die Zwillinge haben Geburtstag? Oskar hat Geburtstag. Heute beginnt für ihn ein ganz neuer Lebensabschnitt. Warum kaufst du ihm nicht einen Geburtstagshuch und veranstaltet eine Party? Sophie hat auch Geburtstag. Und zu Donnerhahn hat heute Geburtstag. Oh, da haben wir ja viel zu feiern. Ähm, ja, mir ist mal gerade so aufgefallen, dass der Gute auch gleich zur Arbeit muss. Muss er gar nicht. Warum kam denn eben die Meldung, dass er zur Arbeit muss? Aber die Kids müssen zur Schule, gell? Ja. Hier, dir geht es soweit gut. Dir geht es auch soweit gut. Perfekt. Super. Der Schubus kommt um acht. Okay, gut. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen hinten den Tag verbringen und dann später umziehen. So, der Schubus müsste ja jetzt auch langsam mal kommen. Ja. Das ist nämlich heute auch der erste Schultag für Sebastian und Mathilda. Ach, da sitzt sie. Und da kommt die Frau mit den Rechnungen. Moment, Moment. Mienchen braucht ein Foto von ihrem ersten Tag in der Schule. Sebastian sieht größer aus als Mathilda. Mathilda sieht nicht gerade glücklich aus. Ihr beiden schafft das schon. Ich glaube an euch. Viel Spaß in der Schule, ihr Süßen. Tja, Bär wird jetzt gerade noch das Bild zu Ende machen und dann eigentlich mal werde ich die rüberziehen lassen. So, Donnerheil wird heute tatsächlich schon zum großen Pferd. Das ist cool. Wie lange hat denn denn Pegasus noch? Drei Tage hat Pegasus noch. Und die Kinder schreien. Ja, finde ich auch. Du musst ja nicht zur Arbeit, dann kannst du dich gerade um deine Kinder kümmern. Sozial und sozial. Ja. Ich habe für die beiden halt wie gesagt aktuell noch kein Zimmer gemacht, weil ich ehrlich gesagt nach den ganzen Stunden am Haus rumbohrt. Und keine Lust hatte jetzt noch zwei weitere Babyzimmer einzugüsten. Okay, Kinder. Ist okay. Und ich mir dachte, ich warte dann einfach, bis die alt genug sind, dass sie ihr eigenes Zimmer beziehen können. Und dann kriegen die auch ein schönes Zimmer. Tabea hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Uh. Du kannst doch direkt mal an dein Handy gehen. Wer bist du? Calvin, nein. Ah, nein. Ich wollte auf nein drücken. Entschuldige. Uh. Das ist ja cool. Das ist was hier, die Aphrodite sein. Das ist echt cool. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas machen könnte. Eigentlich ist es so schön zum Verkaufen. Aber ich lasse, ich werde es verkaufen. Wir brauchen Geld. Nein, brauchen wir nicht. Wir haben genug Geld. Klappt mir, das war, das war echt schlimm. Das Einrichtung, das war anstrengend. Das war echt anstrengend. Hast du dich um dein Baby gekümmert? Ja, die kackt sich gleich einer. Okay. Dann kümmere dich noch um dein Söhnchen. Und du kannst eigentlich mal auf die Pferdeweide wieder gehen. Und dich mal hier wieder mit deiner süßen Umbrella beschäftigen. Generell mal mit den Pferden wieder beschäftigen. Ist sie sehr müde? Nein, sie ist überhaupt nicht müde. Umbrella, du kannst aufstehen. Dein Dancer ist gerade am Fressen. Kannst du hier in den Hals kommen? Hat sie Hunger? Ja, sie hat Hunger. Guck mal, dann kannst du hier dann ein Ernteprodukt verfüttern. Hier einen Apfel. Und dann kannst du hier noch mit ihr reden. Ja. Ich habe schon Ewigkeiten nichts mehr mit deinen Pferden gemacht, weil du entweder ständig schwanger warst oder was zu tun hattest mit den Kindern. Oh, hallo, Apple Bloom. Bist du krank? Ja, du bist krank. Oh, tatsächlich. Entschuldige. Sag mal, habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich um dein Kind kümmern? Ja, kümmert er sich gleich so. Oh, Apple Bloom muss mal sauber gemacht werden. Kannst du bürsten. Kannst du hier die Hufe auskratzen. Und dann kannst du sie loben für schnell sein. Ja, Sheep Fox ist nicht rotbar. So, mach sie mal sauber. Ich würde sagen, wir lassen sie Donnerhall dann gleich schon altern, damit der den Tag als Erwachsenes Fohlen verbringen kann. Ja, ist okay. Kannst du von Apple Blumen gesäugt werden? Super. Dann lass das mal sehen. Du musst nämlich ihr Fohlen säugen. Wo ist Sir Donnerhall? Beschnüffeln. Ja. Du darfst jetzt aber gerne in die nächste Altersstufe gehen. Sir Donnerhall. Ich bin so gespannt, wie der aussieht als Erwachsener. Ja, Scarlett, hä? Süße Maus. Ich finde ihn gar nicht mal unförmig. Ich finde ihn eigentlich voll hübsch vom Aussehen. Voll schön. Wie alt ist Scarlett? Scarlett hat noch 33 Tage, bis sie zur Erwachsenen, bis sie zur Seniorin wird. Ist ja doch noch alles voll schön. Okay, wir werden ihn aber mal gerade im Cass angucken, beziehungsweise ihm ein, eine andere Mähne geben. Oh. Okay. Er ist sehr kräftig gebaut. Aber er ist nicht unförmig oder so. Ich finde ihn eigentlich recht hübsch. So, wir werden ihm jetzt eine andere Mähne geben. So. Habe ich ihm jetzt eine andere Mähne und einen anderen Schweif gegeben. Ich mache das jetzt gerade alles ein bisschen im Schnelldurchlauf, damit die Folge heute noch hochkommt. Pünktlich wird die jetzt nicht mehr kommen, aber... Also, das Zaumzeug würde ich ihm eigentlich schon direkt lassen. Und ich würde ihm dann einen Tressursattel auch geben. Oder? Tressursattel? Sollen wir einen Tressursattel geben? Ja, ich habe jetzt einfach einen Tressursattel. Das ist dann die Alltagskleidung. Das ist eigentlich halb da. Ist jetzt egal, wir geben ihm das so gut ist. Nee, das Reiten. Ach, keine Ahnung. Aber wir könnten ihm theoretisch noch Gamaschen geben. Nee, ich glaube, ohne Gamaschen gefällt er mir besser. Also, dann kriegt er jetzt noch eine hübsche Satteldecke drunter. Das ist eine Springsatteldecke. Finde ich eigentlich schick bei ihm. Ich finde das mit dem Weißen da aber schöner. Dann kriegt er jetzt so eine schöne, richtig tiefblaue Satteldecke. Super. Das geht dann. Das können wir so lassen. Das ist dann in Ordnung für einen Anfänger. Unser Sir Donnerhall ist wirklich wunderhübsch geworden. Das ist jetzt unser süßer, schöner, großer Sir Donnerhall. Er ist wirklich wunderhübsch geworden. Er sieht einfach eins zu eins aus. Wie seine Mutter von der Fellfarbe her. Aber der Rest ist von seinem Vater. Auch vom Körperbau her sieht der Danza sehr ähnlich. Wenn ich mir hier unsere süße kleine Maus hier angucke. Die ist deutlich schlanker als der dicke Danza. Ach ja, Danzy, nein. Ich weiß nicht, wann es mit dir zu Ende geht. Ich habe Angst davor. Okay. Dann haben wir unseren lieben Sir Donnerhall schon mal gealtert lassen. Dann würde ich einfach mal sagen. Sitzen wir mal auf, oder? Satteln, Satteln, Alltag. Nö. Dann sattel ihn mal. Dann kannst du mit ihm mal anfangen zu reiten. Und dann kannst du einfach mal gucken, wie er sich denn so macht. Oh, er hat Hunger. Ja, das sollten wir dann... Vielleicht sollte ich ihm dann gerade noch was zu fressen geben. Äh... Hier. Gib ihm... Gib ihm einen Apfel. Gib ihm den Apfel. Darüber freut er sich dann. Ah, er hat gerade ein bisschen gegrast, glaube ich. Ja, hat jetzt nicht so viel gebracht, aber ein bisschen was. Du kannst dann... Ihn loben für... Ja, nee, musst du nicht. Komm. Setz auf. Sir Donnerhall, du bleibst hier. Was hat er denn? Fähigkeiten. Er hat schon Fähigkeiten? Warum hat er Fähigkeiten? Vor allem springen plus sechs. Werden die Fähigkeiten der Eltern mit vererbt? Warum hat er denn schon springen plus sechs? Und rennen plus drei. Warum kannst du nicht aufsitzen? Ähm, du hast reiten plus acht. Warum setzt du dich falsch rum aufs Pferd? Muss ich nicht verstehen, oder? Du hast reiten Level acht. Du hast falsch schon mal aufs Pferd setzen. Passiert normalerweise nur einem Anfänger. Nicht absteigen. Oh. Bleib auf dem Pferd drauf. Aufsitzen. Mann, Madame. Mach doch einmal, was ich will. Alle Kinder in deinem Haushalt unternehmen morgen einen Ausflug an den Ort bist du zum Kleinkorsen. Möchtest du dir Erlaubnis unterschreiben? Ja, möchte ich. So. Aufsitzen. Tabea hat eine Einleitung zu der Party von Jackie mir da erhalten. Nee, du gehst mir jetzt nicht pinkeln. Mein Gott, ey. Ich schuldige mir nur Stress mit der Madame. Ich glaube, Sir Donahal ist noch ungezähmt. Genau. Damit er nicht mehr ungezähmt ist. Alter, Tage bis zur Alterung. 75 Tage. Habe ich die so lange eingestellt? Ich weiß nicht. Irgendwie spinnt momentan meine Alterungsanzeige und die springen die ganze Zeit um. Ja. Du. So, ich teleportiere dich jetzt hier raus mit ihm. Bitte mit dem Pferd. Dankeschön. Meine Katzen machen Terror. Und ihr reitet jetzt hier hin. Hierher reiten. Bitte schön. Dann wird nämlich Sir Donahal gezähmt. Durch das Reiten quasi wird er gezähmt. Ich hätte davon gerne aber ein Foto. Wie du auf deinem Sir Donahal reitest. Ach ja. Ja. Er macht eine gute Figur, gell? Ich wollte dich heute eigentlich umziehen. Ja, toll. Jetzt sitze ich hier und zähmle das Pferd. Egal. Übersprung und dann ist für Pferdespringen. Ja, warum auch immer der schon Sprung Level 7 hat. Moment mal. Was für Fähigkeiten hast du? Du hast Rennen und der Vater von Pegasus ist unbekannt. Hat er immer noch Hunger? Ach, du solltest doch gesäugt werden. Ich kriege doch schon wieder die Krise bei meinen Leudis hier. So, ihr könnt mal ganz leicht springen üben. Auch wenn er es schon kann. Lass uns erstmal ein bisschen was üben. Okay? Hier, guck mal. Das ist so schön. Zeit, das Pferd zu zähmen. Das muss man leider Gottes mit Fohlen und Wildpferden. Und generell halt Pferden, die nicht geritten wurden, sind. Machen. Die zähmen. Ist aber eigentlich eine ganz coole Funktion. Man muss die, ich glaube, nur eine bestimmte Anzahl an Stunden reiten. Und dann gelten die als gezähmt. Okay, super. Macht ihr toll. Dann kannst du jetzt den Springparcours absolvieren. Gucken wir mal, ob du das schaffst. Zack. Drüber. Drüber. Im Wasser gelandet. Ist aber nicht schlimm. Komm, weiter. Weiter. Hopp. Ja, ihr seht da schon die ganze Zeit dieses, äh, ungezähmt. Hier geht weg. Drüber. 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 Ohne zu reißen. Prima. Warum ist die denn jetzt nass? Wegen schlechtem Sprung. Achso, weil die ins Wasser gesprungen sind. Ja, aber das war doch super. Ist ein Rennen. Dann würde ich nämlich tatsächlich... Nächste Reihensportveranstaltung um 17 Uhr. Ja, ist ja gleich. Dann würde ich die nämlich tatsächlich als, äh... Ja, würde ich die tatsächlich... Dann könnte ich mal ihr erstes Springrennen absolvieren lassen. Ihr könnt dann hierher reiten. Hopp. Ja, soviel zum Thema. Ich möchte die umziehen lassen. Er hat Hunger. Ich, ich mach das gerade ein kleines bisschen höher. Warum geht der denn nicht säugen? Kümmerst du dich eigentlich um dein Kind? Benjamin. Moment. Nicht, nicht, nicht. Nein! Ach, scheiße. Ja, ist okay. Ich hab's kapiert. Das ist laut. Steig bitte wieder auf. Ich hab'n Fehler gemacht. Sitz. Raum hoch. Bleib auf dem Pferd. Okay. An Reihensportveranstaltung kann ich... Wir machen ein Springturnier. Wir machen erstmal eins für Anfänger. Das sollte er ja locker hinbekommen. Ich meine, er hat jetzt... Er hat Springfähigkeit 6. Das sollte er locker hinbekommen. Warum auch immer er so ein hohes Fähigkeitslevel hat. Ich meine, ihr habt ja selber gesehen, dass sie eben erst zum Erwachsen geworden ist. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es sich irgendwie weitervererbt. Okay. Sadanahal, geritten von Tabea Willow, ist folgenden Wettkampf angemeldet. Moussaka-Turnier. Alles Gute. Risiko. Die Kinder haben gleich noch Geburtstag. Fällt mir ja gerade so ein. Die Zwillinge haben heute noch Geburtstag. Ja, dann werden wir halt nicht umziehen in diesem Part. Dann machen wir das erst im Nächsten. Oh, wir sind schon auf Platz 7. Super. Platz 5. Platz 4. Komm schon. Den Rest schaffen wir doch auch noch. Platz 2. Komm, Platz 1 bleiben wir aber jetzt. Ich meine, das ist ein Anfänger-Springt-Turnier und du bist auf Level 6. Aber es ist cool, dass wir uns dann so quasi in ein Turnier fährt. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Mathe! Mathe! Nicht! Oh nein! Oh nein! Mathe! Nein! Bitte nicht! Mathe! Mathe? Wo ist er sitzen, Mann? Da kommt er! Oh Gott! Wieso heute? Mathe! Nein! Nicht heute! Oh nein! Es sollte doch ein fröhlicher Part werden! Mathe! 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 Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie die erste ist, die geht! Oh nein! Jetzt wird nur mit dem Tod gekuschelt! Mathe! Oh Gott! Jetzt! Ciao, Mutter! Mathe! Ja! Oh nein! Nein! Oh nein! Nein! Wie ist das? Kann ja nicht wahr sein! Bitte! Ich kann mich nicht mehr darüber freuen, dass wir gewonnen haben. Hier geht es voll schlecht jetzt allen. Und ein Kind hat Geburtstag, Sophie hat Geburtstag. Die Tage sind vergangen wie im Flug und Sophie ist jetzt ein Kleinkind. Sie braucht immer noch jede Menge Aufmerksamkeit, kann aber auch schon grundlegende Fähigkeit wie Laufen oder Sprechen erlernen. Was ihr in diesem Alter lernt, ist sehr entscheidend für ihre künftige Entwicklung. Oh nein. Die Habseligkeiten von Motto Willow sind alle dem Momentar von Benjamin Willow hinzugefügt worden. St. Donner Hallgeritten von Tabea Willow hat den ersten Platz im folgenden Wettbewerb belegt. Mozzaka-Turnier. Damit hat sich Tabea Willow nicht nur das Preisgeld, sondern auch ein Pokal und die Anerkennung des Publikums gesichert. Ja. Gott. Kannst du bitte Oskar da rausholen? Ich weiß. Oh nein. Happy Bürste, ihr Kleid, aber ich kann gerade echt nicht. Irgendwie. Trauert. Das Ableben eines geliebten Simms trifft vor allem diejenigen, die ihm am nächsten stehen. Simms kann einem Grab schnell trauen und diesen zum Friedhof bringen, um schneller Frieden zu finden. Was ist denn jetzt mit Oskar? Was ist denn jetzt mit Oskar? Ich muss aber gerade ein bisschen Donner Hall wieder zu den Pferden teleportieren. Was hatte sie denn noch im Inventar? Die Tage sind vergangen im Flug. Ja, okay, das habe ich eben schon gelesen. Ich kann mich nicht mehr darüber freuen, dass die Zwillinge jetzt Kleinkinder sind. Mutter hatte zum allerletzten Mal einen Zwergigel im Inventar. Den hat sie eben noch gefangen. Okay, ich glaube, ich glaube, ich werde den Part jetzt beenden. Ich weiß, wir müssten die Kleiden eigentlich noch umstylen, aber das machen wir dann einfach im nächsten Part. Nicht mehr jetzt. Scheiß. Ich kann es nicht glauben. Unser allererstes Tier ist gestorben. Und es ist Motte. Ich habe wirklich nicht begrechnet, dass Dancer oder Fischstäbchen jetzt als erstes dran sind, aber doch nicht Motte. Oh Gott, Pickles. Herz gebrochen. Nur die Zeit und viele Tränen vermögen ein gepochenes Herz zu heilen, weil es sind Zeuge geworden, wie ein anderer Sim ins Gras gebissen hat. Oh nein. Das ist Motte jetzt tot. Oh nein. Oh nein. Es sind zwar nur Sims, aber es macht mich jetzt einfach fertig, dass Motte die erste ist, die gestorben ist. Ich werde den Part jetzt beenden. Ich habe nicht das geschafft, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte eigentlich umziehen, aber irgendwie, naja. Immerhin habe ich jetzt Sadonna Hall gezähmt bekommen heute. Die Zwillinge hatten Geburtstag und ich gucke mal, ob ich an den Part hinten noch so ein kleines Best-of von Motte schneide. Ich weiß es noch nicht. Oh Gott, Motte. Okay. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020